Hi und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir erklären, wie du deine Dating-Ängste überwinden kannst. Ich werde dir ganze 10 Mindsets an die Hand geben, die du für dich nutzen kannst, um auch wirklich langfristig deine Dating-Ängste zu überwinden, deine Ansprechangst zu überwinden zum Beispiel und dann auch in die Tat zu kommen. Denn die Chancen stehen hoch, dass du dir sehr oft solche Self-Help-Videos wie dieses anschaust und ständig nur auf YouTube unterwegs bist, dir irgendwelche Tipps reinziehst, aber dann nicht ins Handeln kommst. Oder wenn du im Handeln bist, dann gehst du nur den halben Weg. Du machst dich fertig, machst dich schick, gehst raus auf die Straße, willst Frauen ansprechen, aber machst es dann nicht, weil du im entscheidenden Moment dann blockierst. Und damit dir das nicht mehr passiert, schau dir dieses Video wirklich aufmerksam bis zum Schluss an, damit du kein Mindset verpasst. Mein Name ist Marco, mir gehört die Firma Flirt Empire und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann geh mal auf flirtempire.com und trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein und dann schauen wir einfach mal gemeinsam, wie wir dir bei deinem individuellen Problem weiterhelfen können. Das erste Mindset, das ich dir an die Hand geben möchte, ist Selbstreflexion und Akzeptanz. Du solltest akzeptieren, dass deine Ängste, die du im Dating-Bereich hast, ganz normal sind. Die hat tatsächlich jeder von uns und es ist ganz normal, solche Ängste zu haben. Und mit Selbstreflexion kannst du dann diese Ängste identifizieren, weil du dich selbstreflektiert betrachtest. Du schaust, was in dir passiert, in dem Moment, in dem diese Angst hochkommt. Du reflektierst das und findest den Grund heraus, warum du diese Angst hast. Und dann kannst du anfangen, diese Angst zu überwinden, weil du sie erstens akzeptiert hast, zweitens identifiziert hast und dann kannst du sagen, okay, diese Angst gehe ich jetzt an. Eine Sache, die du unbedingt beim Frauenkennenlernen beachten musst, ist, dass du eine positive Einstellung hast zu der ganzen Sache. Es bringt dir tatsächlich nichts, dich immer nur auf das Negative zu konzentrieren und immer nur über deine negativen Eigenschaften nachzudenken und darüber zu sprechen und dafür Hilfe zu suchen, sondern konzentriere dich auf deine positiven Eigenschaften. Kannst du gut reden? Siehst du gut aus? Hast du einen guten Style? Hast du sonst irgendwelche positiven Eigenschaften, die du präsentieren kannst, um dich positiv darzustellen, statt immer nur an das Negative zu denken? Denke mal an die gesamten Möglichkeiten, die es dir eröffnet, wenn du es geschafft hast, wirklich Frauen kennenzulernen und wie dann dein Leben aussehen wird, wenn du das gemeistert hast. Denke an die positiven Sachen. Wenn du generell Probleme damit hast, Frauen im Alltag anzusprechen und auf sie zuzugehen, dann setze dir mal kleine Ziele. Und zwar, wenn du draußen unterwegs bist im Alltag, dann fang doch mal an mit Kassiererinnen, Menschen im Supermarkt, die dort arbeiten, irgendwo anders in Geschäften arbeiten, die nicht wegrennen können. Einfach mal ein bisschen länger zu reden als nur zwei Sätze. Ich sehe es immer wieder bei meinen Klienten, dass sie Probleme damit haben, wirklich fünf Minuten an Ort und Stelle mit einer Frau zu stehen und ein Gespräch aufrecht zu halten. Wie willst du denn eine Beziehung führen, wo du 24-7 mit einer Frau unterwegs bist und Zeit verbringst, wenn du es nicht mal schaffst, die ersten fünf Minuten über die Bühne zu bringen? Deshalb setz dir kleine Ziele, fang an, mit Menschen im Alltag dich zu unterhalten und versuche mal, Gespräche fünf Minuten lang am Laufen zu halten. Wenn du Frauen kennenlernen möchtest, dann ist es super wichtig, dass du selbstbewusst bist. Und um dein Selbstbewusstsein aufzubauen, kann es dir helfen, wenn du wirklich mal deine Stärken und deine Erfolge zu Blatt Papier bringst. Das heißt, du schreibst sie wirklich mal mit deiner Hand auf. Nicht abtippen am PC, das ist zu unpersönlich, damit hast du es im Gehirn nicht wirklich verarbeitet. Schreib es mit deiner Hand auf ein Blatt Papier auf, was deine Stärken sind, was deine Erfolge sind, die du bis jetzt, bis heute erreicht hast. Das wird dir helfen, dein Selbstbewusstsein zu stärken und dann auch selbstbewusster auf Frauen zuzugehen. Und was du auch machen kannst, um dein Selbstbewusstsein zu stärken, ist, in deiner Notizen-App auf deinem Handy kannst du ein Angeberdokument erstellen, wo du immer, wenn du etwas erreicht hast, das direkt dort reinschreibst, sodass du eine Riesenliste mit Dingen, wo du angeben kannst, mit aufbaust, was auch gleichzeitig dein Selbstbewusstsein stärken wird, weil es dich immer wieder daran erinnern wird, wenn du diese Notiz aufmachst, was du alles schon erreicht hast in deinem Leben. Wenn du Frauen kennenlernen möchtest, dann solltest du dir unbedingt dessen bewusst sein, dass Übung den Meister macht. Was ich beibringe, ist professionelles Pick-up. Und das inkludiert, dass du wirklich hunderte von Frauen ansprechen musst, bis du alle deine Fehler mal ausgemerzt hast, die du währenddessen machst. Stehst du nervös da, krattst du dir irgendwie komisch am Kopf, guckst du ganz komisch in irgendeine Richtung und hältst keinen Augenkontakt, sagst du nicht die Dinge, die du sagen sollst, vergisst du am Ende nach ihrer Nummer zu fragen, tausend Dinge, die du wirklich falsch machen kannst. Übung macht hier den Meister. Das bedeutet, geh raus in den Alltag und rede mit ganz vielen fremden Menschen. Denn wenn wir mit fremden Menschen reden, ist ein anderes Areal in unserem Kommunikationszentrum im Gehirn aktiv, als wenn wir mit Menschen reden, die uns schon bekannt sind. Also aktiviere dieses Kommunikationszentrum richtig, richtig oft. Und du wirst merken, es wird dir in Zukunft viel einfacher fallen, ganz natürlich auf fremde Menschen zuzugehen und dadurch auch automatisch auf Frauen und diese auch dann kennenzulernen. Ein Riesenfehler, den Männer machen, wenn sie Frauen kennenlernen möchten, ist, dass diese Männer kein interessantes Leben führen. Wenn du ein Leben führst, das du füllst mit Hobbys und Interessen, die dich persönlich leidenschaftlich interessieren, dann brennt dein Herz für etwas und das wird dich im Umkehrschluss auch attraktiver aussehen lassen. Das bedeutet, wenn du den ganzen Tag nur rumhockst und nichts machst und nichts hast, worüber du reden kannst, was du letzte Woche gemacht hast oder worüber du dich informiert hast oder was jetzt nächstes Wochenende ansteht, du hast einfach nichts, worüber du reden kannst, wofür dein Herz brennt, dann bist du einfach super uninteressant und im Pick-up geht es darum, dass du dir einen Lifestyle aufbaust, von dem Frauen automatisch gerne ein Teil sein wollen. Und das bedeutet für dich, wenn du einen schlechten Lifestyle lebst, wirst du sehr wahrscheinlich auch keine hübschen Frauen kennenlernen. Ein weiterer wichtiger Punkt, den du beim Frauen kennenlernen beachten musst, ist, dass deine Ausstrahlung beeinflusst, wie du wahrgenommen wirst. Wenn ich diesen Satz sage, während ich lächle und jetzt mal aufhöre zu lächeln, dann merkst du, wie ich ganz anders von dir wahrgenommen werde. Also, achte auf deine Körpersprache, fang an endlich mal Blickkontakt zu halten und tu dich mal selbstreflektiert betrachten oder nimm dich vielleicht sogar mal auf, um das von außen zu sehen, wie du von außen aussiehst, wenn du mit fremden Menschen sprichst, um dich besser beurteilen zu können, damit du deine Körpersprache in Zukunft einfach optimieren kannst. Ein richtig wertvoller Tipp beim Frauen kennenlernen kann sein, dass du auf gemeinsame Interessen achtest. Und hierbei solltest du in Veranstaltungen denken. Wo tummeln sich also die Frauen rum, die die gleichen Interessen haben wie du? Wenn du zum Beispiel ein Gamer bist, dann solltest du die Gamescom kennen. Das ist eine Messe, bei der Computerspiele vorgestellt werden. Und wenn du dich für solche Computerspiele interessierst, dann musst du dir die Frage stellen, hey, wo finde ich denn Mädels, wo laufen die rum, die sich auch für Computerspiele interessieren? Und da ist eine Antwort zum Beispiel auf der Gamescom. Das bedeutet, du gehst einfach zur Gamescom hin und lernst dort Frauen kennen. Wenn du dich für andere Sachen interessierst, wie zum Beispiel du interessierst dich für Fußball, dann musst du zu Fußballspielen gehen, weil sich dort Frauen tummeln werden, die sich ebenfalls für Fußball interessieren. Und so machst du es bitte für all deine Interessen. Finde für all deine Interessen eine Veranstaltung raus, wo du andere Frauen treffst, die die gleichen Interessen teilen, wie du siehst. Wir Männer haben oft das Problem beim Frauen kennenlernen, dass wir richtig needy rüberkommen, also super bedürftig. Wir schaffen es nicht, unsere eigene Geilheit irgendwie hinten anzustellen, sondern die scheint einfach extrem durch. Und hier kann ich Anfängern im Pickup einen richtig guten Tipp geben, den sie meist selber nicht auf dem Schirm haben. Sei offen für Freundschaften. Stell das romantische Ziel doch erst einmal ein bisschen zurück und versuche eine normale Freundschaft aufzubauen. Das wird dir extrem dabei helfen, den Druck rauszunehmen von dir, bei dieser Frau unbedingt landen zu müssen und wird dir extrem dazu verhelfen, natürlichere Gespräche zu führen, weil du eben nicht die ganze Zeit verkopfst und dich fragst, hey, was ist der nächste Move, den ich jetzt bringen muss, damit sie endlich auf mich steht, sondern dich einfach mal entspannen kannst und sagen kannst, okay, von deinem Mindset her, das ist einfach nur eine Freundin und ich will sie ganz normal kennenlernen und alles ist gut, alles ist ruhig. Wenn du Anfänger bist beim Frauen kennenlernen, dann solltest du wissen, dass nicht jedes Gespräch erfolgreich verlaufen wird. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Pickup. Das bedeutet, seit ich 14 bin, bin ich professionell dabei, Frauen kennenzulernen auf eine professionelle Art und Weise und selbst bei mir heutzutage noch verläuft wirklich nicht jedes Gespräch gut. Deshalb solltest du dir merken, dass du in Zukunft Rückschläge als Lernerfahrung nutzen kannst. Versuche wirklich aus jedem Gespräch etwas zu ziehen, was du daraus lernen kannst, damit du es beim nächsten Mal einfach besser machen kannst, damit du nicht die gleichen Fehler zweimal machst. Und auch das ist okay, wenn es mal passiert, weil manchmal redest du mit einer Person und machst den gleichen Fehler mit ihr, weil du nicht den Eindruck hattest, dass sie die gleiche Person ist, wie die letzte Person, bei der du den gleichen Fehler gemacht hast und auch das ist okay. Versuche wirklich den Druck mal von dir runterzunehmen, dass du alles perfekt machen musst und mach einfach. Und Frauen, die sowieso auf dich stehen, die werden dir eh all deine Fehler verzeihen, weil sie dich mit deinen Fehlern lieben werden. Also geh nicht ganz so hart mit dir selbst ins Gericht, weil es ist gar nicht so nötig. Wenn du jetzt diese Mindsets beachtest, sei dir wirklich dessen bewusst, dass jeder Schritt, den du in Richtung deiner persönlichen Weiterentwicklung machst, ein Erfolg ist. Also setz dich nicht so krass unter Druck. Es muss nicht alles von heute auf morgen funktionieren, sondern lerne, den Prozess zu genießen. Lerne es zu genießen, dich fertig zu machen für ein Date. Lerne es zu genießen, deine Wohnung aufzuräumen. Lerne es zu genießen, mit Frauen zu schreiben, mit ihnen zu reden, zu eskalieren. Lerne es zu genießen, einen Korb zu bekommen und danach mit noch mehr Energie in das nächste Set reinzugehen. Lerne all diese Dinge einfach zu genießen. Nimm den Druck raus und sei dir dessen bewusst, dass es ab und zu auch mal etwas Zeit dauert, um alte Gewohnheiten zu überwinden und durch neue zu ersetzen. Und das ist auch völlig okay und völlig normal. Und du wirst das auch schaffen. Geh einfach positiv an die Sache ran und dann wirst du auch all deine Ziele, die mit Frauen zu tun haben, erreichen. Und wenn du dabei unterstützt werden möchtest, dann geh mal auf flirtempire.com und trag dich dort für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Dann werde ich dich persönlich dabei unterstützen, deine Ziele mit den Frauen zu erreichen. Und falls du es noch nicht gemacht hast, Kollege, dann abonnier mal ganz schnell den YouTube-Channel, damit du im nächsten Video auch dabei bist. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen und wir sehen uns dort im nächsten Video. Bis dann. Peace!